normalzeit leute auf unserem kanal auf mein games wir hatten euch was versprochen in unseren streams die wir machen und zwar haben wir gesagt wir machen den brawl pass mit einmal auf das heißt wir haben den kompletten brawl pass einmal bis stufe 70 durch nichts aufgemacht das einzige was wir mal aufgemacht haben das war ja den skin geholt den freddy skin geholt der rest den sammeln wir jetzt einfach mal ein ich hoffe dass wir jetzt viele der schatzprogramm star power bekommen und vor allem dass wir über 25.000 münzen bekommen wir starten bei 21.000 münzen und ich hoffe dass man auf über 25.000 münzen irgend bekommen weil warum ganz einfach dann kann ich mir endlich ein gold skin holen okay so was wir sagen attacke 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 boxen aufwachen oder warum diese blöden da kann man ja eigentlich gleich noch verteilen wir haben ja glücklicherweise alle mittlerweile letzten haben wir dann gezogen gehabt im letzten zu ihnen genau wo ich gesagt habe die letzte box gehört mein sohn und ja kann da was cooles raus okay gut am feuer mal jetzt erst mal die kollegen ja voll mit unserem hau punkten wir nehmen das mauer alle power punkte mit und die ersten die morgen raushauen die gehen auf unseren esch drauf klar logisch erst mal einen voll machen weil dann bekommen wir nämlich noch ein paar kisten und dann bekommen wir noch ein paar goldstücke und daher bekommen dies das und ein möglichen kreppeln und daher und das finde ich nämlich toll so ok und die nächsten im paket im paket jetzt mein sohn und geld drauf ich nicht so und mich interessieren dann eigentlich nur noch die gadgets so punkte und dass ich 25.000 kann wie gesagt mehr oben den letzten boss mit einmal auf dann schauen wir uns ja das dritte ist so nächsten punkte muss man den spiel doch gleich mal dann verlaufen ok let's go und klar wenn man den dann gleich hochleveln 75 minzen na ok und 125 jetzt was natürlich schon ein bisschen mehr punkte was haben wir als nächstes haben wir hier auch noch mal 125 und das war schon so und den gleich hochleveln können den kollegen es sieben und dort noch was ok noch mal 125 dazu ok let's go ja jetzt schauen wir erst einmal bei uns zum guten erschreien wenn immer die medics zu tropären upgraden den gleich mal ok noch nicht genug punkte ich habe genug ok machen wir unsere belohnung war darauf mal gucken und die nächsten paar punkte finden müssen erzählen noch welche sein und 25 und 25 und jetzt kommen die nächsten 125 auch auf jetzt von boxen aufzumachen weil dann level wir nämlich den anderen automatisch noch mit hoch hier macht sich sogar jetzt fangen wir vorne an boxen aufzumachen haben waren 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 große box eine ewig 3 box ok let's go beim die zwei ok auch sagt das erste gadget ok das erste get get haben mir aber wenn ich get get das erste gadget ist ja meistens nichts drin gut für mecke bisschen was wir machen immer oben und mega box jetzt hoffe ich dass ganz viele münzen drin sind weil wie gesagt wir wollen auf möglichst 25.000 irgendwo kommen wenn man hier fahrt die sind leiert sich heute wolf hier kollegischen schule ok box 77 ein gadget bis jetzt ist langweilig oder kommt bestimmt noch was dazu so 50 minzen 50 klick und jetzt ja einfach mal vollgas durch klick einfach mal vollgas durch so wie es kommt merz ich auch nicht aus jeder kollege ein bisschen ruhe weg aber geht okay das ist natürlich immer geil für die taten mieter mag ich natürlich dabei weil warum habe ich noch den goldenen holen okay noch mal 50 tacken noch mal am 3 3 3 3 3 wieso treten sich halt bei brotts aus so langsam mauler weise geht das ruck zuck wenn sich das hier dreht also heute heute geht es nicht um zu können jetzt zum kopf her 50 minzen noch mal 5 münzen gibt es eigentlich genug könnte ich ja wirklich auf meine 25 kommen jetzt 300 minzen einem 255 ok ist eigentlich gut oder gleichzeitig schaut dass ich keine brauche mal ziehen kann zurzeit weil ich habe alle ja und den brotts jetzt zu verschenken weil es eigentlich auch der kretschung deswegen machen wir den wie gesagt einmal komplett auf und damit ist gut ich weiß auch nicht warum den brotts jetzt nicht aufmacht im nächsten season fängt an und man da die ganzen boxen wird den neuen brotts halten kann ich glaube es eigentlich nicht da waren die einfach nur in große boxen dann umgewandelt und dann habe ich so jetzt können wir uns den es schon den erscheinen ja auch schon was passiert da wenn man es bekommt und es schon hat dann kriegt man eine alternative belohnung große box in der wahnsinn jetzt gibt es auf alle fälle als star power noch zu kalt ok küls bewegungs tempos 13 prozent jetzt nicht die tollste star power auch zu weg dann reicht es 65 gibt es dazu noch mal neuer bin denke ich war doch extra spinnen na klar 75 takten und meine 25 muss doch bei zusammen haben und dort verziehen das jetzt hier mal durch und dann gucken wir mal wie wir sind schon zusammengeschnurrt haben in den enden ja megabox kommt 350 minzen 20.000 das ist okay morgen doch los morgen doch wohl ach so jetzt können wir noch mal was verteilen und dann haben wir das doch auf meck drauf da ist es wohl schon voll jetzt muss man den schnellen hochleveln gut da kann man den jetzt vielleicht schon auf level 10 bekommen wäre natürlich nicht schlecht so okay machen wir was über zimmern das machen wir oben erst mal den mit unserer großen box genau mit dem meck muss man auch irgendwann mal voll haben was man denn erstmal dann hochleveln wir schauen mal beim nächsten wie viel punkte hat wenn man auf die box aber weil es aus pen seite bisschen war bei bronzer schluss und schlafenszeiten 65 mac bekommt 1107 mensch reicht noch nicht mal machen wir mal 125 wo man und dort sind wir haben doch hier und noch mal 500 und dort war die power punkte da kann man gleich mal gucken wie weit man den hoch bekommen let's go 75 75 294 800 jetzt alles blöde ich wollte natürlich mein 25.000 erreichen sage nur noch 19.000 minzen das ist ja duf aber ich werde nie meine blöde goldnita bekommen schwer sie ihn einfach nie bekommen gut ist und da kommen haben auf meck das zeug noch drauf dass man den meck hochbekommen meck meck jetzt aber auch nicht hinten die 500 ausgeben das hat man hier oben den breit passt jetzt zum trennen weil er da ist auch noch gut voll neuer pin noch mal für euch okay kommt mancher aus brotts das ist heute so dermaßen 200 minzen das ist schon mal richtig viel wert okay neuer bin na gut okay für euch natürlich wieder es spinnen und klatsch und dort 31 noch mal nur in einer wieviel pinz anbieten hier da vor Ort ich ihn ins ok und dort ein noch neuer bin aller im rp ins wie alles andere das teil und da heute passen auf so das erheutung komm ok du erhältst das genau sehr sehr geil so jetzt müsste es ein bisschen schneller gehen genau das ist jetzt geht es auch schon die stelle ist umgestellt noch mal morgen ich habe diese marken doppler auf alle fälle aufheben für unsere neue season 428 das ist geil das bedeutet wir haben jetzt definitiv ihn ganz oben da geht auch nicht mehr sehr geil alle auf stufe 9 mega 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 weil jetzt gibt es kohle jetzt gibt es richtig fett cash pass auf weil wir nämlich jetzt alles voll große box wenigstens 150 werden 139 juvelas was haben wir 162 können wir schaffen die 25.000 irgendwie klein ist hier die boxen unter hoffnung von noch ein gadget ok für mac für mac gadget das ist gut sehr gut für den hat man nämlich noch kein gadget so große box und dort drückt mir mal die daumen das jetzt 350 drin sind 400 und morgen läuft 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 sehr geil sind bräuchten und star power für mac oder für ich habe wunschfrei jagen die blöde boxe gibt sie hier gibt sie hier mac oder für schluss war power ich denke mal die nächsten mega box ist eine drinnen und jetzt mal gucken ob noch mal irgendwann eine blinkende 1 kommt natürlich nicht schade mal leute die hätte ich mir echt noch gegönnt ja ach nicht johls wo noch morgen ja hier okay let's go es gibt kein stopp aber wir haben noch bisschen was alternativ box ja kommen keine blinken da ins jetzt kommt blink lachs junger eh wird er nicht okay dann halt nicht ne dann immer das dann immer das dann immer die ist das ananas und hast nicht gesehen und die nehmt auch noch mit bäaang 417 habt ihr mitgezählt haben die 25.000 morgen doppler haben wir die 25.000 coins du karten erreicht damit wir uns dann die golden die tage irgendwann mal leisten wenn ich glaube wir haben sie ist nicht wahr oder es gibt keine star power ja noch eine mega wachs auger 500 das waren 498 das ist natürlich auch spektisch doch schon verspakt so ok die große box klatsch mega box so jetzt komplett da bringt die 1 star power für naja max da power es wollte ich sagen von meck bekommen muss er so gut aber den schon mal wieder 10 nach 10 haben wir dann zu können trefferpunkte mehr hat explodiert und machte schaden naja gut okay alle fälle nicht recht nicht recht so ist immer ja fast hier schon durch neue pin nochmal noch mal portugaden noch ein euro pin 500 mega box dafür und näher auch hier noch muss dazu für poko und verständigt und verliebt das ist gut so und jetzt war die sachen gönnen wir uns noch die letzte sieben boxen haben wir noch sechs sieben jahren genau und genauin ninja wo war eigentlich nicht den habe ich selbst da ist aber kollege genau das kind aus genau das blöd ist also die beruf hast du nicht hatte die blöden sind gehofft aber coole sache gut was steht denn da in 15 stunden denn das bedeutet morgen leiter morgen zu neuen braun war es bin ja mal gespannt wie das ausgeht dann freue mich auf alle fälle auf den neuen braun war es ist ja klar wir sehen es dann morgen mal wieder mal ein braun pass mal einspielen würde mal sagen danke das reingeschaut habe dann für das video anschauen und ja mal geben zeit mal aktiv mal nicht aktiv wie ein kräuter kräuter köln bis später